Zutaten für für 4 Portionen 1350 Gramm Hackfleisch 1 Jodsalz 1 Pfeffer 11 Beutel Tomatensuppe Zum Beispiel Knorr 1100 Mischlagsahne 1125 G Mozzarella 1 Hackfleisch mit etwas Salz und Pfeife-Sinn Daraus 12 kleine Bällchen formen Eine flache Auflaufform legen 2 200 Milliliter kaltes Wasser in einen Topf Tomatensuppe einrühren und unter die aufkochen lassen Schlagsahne dazu Gieselblatt rühren Die Soße gleichmäßig über Kackbällchen verteilen 2 Mozzarella in Scheiben schneiden U-Rauf verteilen Im vorgeheizten Backs 200 Grad 25 Minuten backen Tipp, mit Basilikumblättchen Bestreut an Servieren Sie dazu einen knackigen Salar einem leichten Essig-Öldressing